So Leute, willkommen zurück. So, wir werden jetzt einen kleinen Angriff starten auf die Militärs. Die sind irgendwo da drüben. Ah, da sieht man eh schon einen. Hallo, ich seh dein Köpfchen. Ja, die da. Auf denen werden wir jetzt gleich einen Angriff starten. Wir müssen nämlich einen Professor befreien. Und das werden wir jetzt gleich mal tun. Schauen wir mal, um uns vielleicht ein bisschen anschleichen auch können. Oh. Hat der uns bemerkt? Meine Maus spinnt gerade ein bisschen. Warum, weiss ich nicht. Nein, meine Waffe klemmt. Oh, komm her, ja. Ach, ich schieße alles daneben. Verdammt. Ja, wir müssen jetzt mal dem Professor helfen. Uah. Uah. Au. Du Arsch. So, ich geh mal hier drin in Deckung. Uah. Erschreck mich doch nicht so. Erschreck mich doch nicht so. So, das nehmen wir mit. Oh, die Granate. Nehmen wir auch mit. Die Knaren lasse ich mal liegen im Moment. Die können wir uns später auch noch holen. So, sprinten wir mal da rüber. Oh, verdammt. Okay, das war Fail. Und Krugloff ist tot. Super. Ja, da bin ich mitten rein. Ja. Das war jetzt mal echt Fail. Ah, super. Und erst ich hab hier gespeichert. Ah, super. Ähm, gut. Dann eben nochmal. Uah. Da kommt schon einer. Nei. Der bemerkt mich nicht mal. So, jetzt aber. Verdammt, wir müssen den Professor beschützen. Scheiße, die ballern schon auf ihn. Nein, wieder nicht. Verdammt. Uah. Ja, super. Er hätte ihn jetzt getroffen. Oh, man. Ja, die Mission ist einfach. Ich meine, die Typen sind nicht die hellsten, aber. Poshle, poshle. Oh, wir verbluten. Shit, wir verbluten und der eine. Nein. Ah. Okay, er ist tot und ich bin tot. What the fuck. Ich mach hier einen Cut und wir sehen uns dann im nächsten Part. Probieren wir's nochmal. Also, bis denne.